Sehr schön, jetzt hab ich hier Haufen Verbrechen gerade. Ja, ich würd gern wissen, warum das so ist, warum ich so viele Verbrechen immer hab. Überfall im Gang, das ist ja sehr schön. Ach, in den Handelsgewerben sind die. Bei mir sind die grad in der komischer Weise in der Industrie und keine Ahnung. Oh, in der Industrie, ja. Wieso sind die in der Industrie? Und eben... Die, ihr nehmt Müll von mir ab. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Nee. Leute, egal. Das wären schön dummes Dinger hier. Stand aber grad irgendwie. Nee, oder was andersrum? Keine Ahnung. Ach Gott, was mach ich jetzt? Ich muss abgrennen, nicht mehr Straßen bauen. Aber SimCity macht voll Bock. Jedenfalls, wenn man zusammenspielt, wenn man manchmal, wenn man allein spielt, ist es langweilig. Aber es macht bei beiden ziemlich viel Spaß. Im Single-Player natürlich nur, wenn ich Musik höre. Linken Park, Race Against, Star-alive, Anthem Elektrogramm. Ja, komm doch mal. Na, los, mach hin, Häuser. Oh, jetzt regnet es bei mir, ey. So, ich wollte die große Budi-Zeitbore. Also, wie sie schon dienst, du? Junge, sehr voll fies. Gerade nur 29, bei 10% Steuern. Ach, so. Oh, eine Minus, na gut, es geht nicht weg. Minus 21, mach ich gerade. Boah, ich mach plus 211, yay. Minus 1, die Zahl hatte ich noch nie da stehen. Arbeiter-Panels betrieben in Alk... Alk Village. Alk Village, genau. Ich werd immer zu nem besseren haben. Jetzt heißt, die gehen zu dir, so ein Mist. Jetzt geht die Arbeiter zu dir, wieso? Das darf doch nicht sein. Das ist voll fies, jetzt gehen die zu dir. So, ich hab' einen besseren Namen, Ökonom City. So, jetzt bau ich mir ne Feuerwehr... Ne, Feuerwehr, ne, Polizeiwache. Wo baut man die immer, ist die Frage. Ziemlich zentral. Aber wo? Scheiß drauf, hierhin. Das voll dumm bei so Gebäuden. Man braucht die Schilder gar nicht aufstellen, die es dazu gibt. Man macht's aber trotzdem, weil sie nur 200 kosten. Ah, ich bau die auch immer. Komischerweise bau ich die auch immer. Ach stimmt, ich wollte ja ein Shader reinmachen. Stimmt. Äh, Einstellung. Machst du's auch manchmal? Nö, ich find's voll schweißer. Ne, ich find welcher, ich natürlich immer... Wenn ich Screenshots mache oder Mammut, äh, wie, also Spitzelivitos, dann mach ich das gerne aber so. Ah, nee. Ich hab, ähm, Aquamarino, Orangegrader, obwohl er sieht nicht so geil aus. Mal gucken. Brennend außer Kontrolle, heute bin ich verarschen. Ja, bei mir ist grad nix doller. Richtig, ne, Wärme... Ich hatte Retro, sah auch immer eigentlich recht witzig aus. Ja, ich nehm jetzt Retro wieder. Bis zum nächsten Schuh vor euch 30.000 Einwohner, deswegen... ...glaube ich bei euch jetzt nochmal ein bisschen hier die Straßen. Ich hab grad mal 1400 noch was. Schön, Murk, Murdhaus, Ökonom, City auf freiem Fuß. Sehr schön. So wie sich das gehört. Aber wo müssen die Bösewichte hier hin? Noch gibt's, weil mir kein Casino was überfallen können, wenn sie wollen. Ach, ist ein Kack-W-Lan. Das ist vielleicht etwas nervig. Richtig, ein Kack-W-Lan. Nicht schab! Und zwar, ich will kein Pak campaign. Und zwar, ich möchte ein Kack-W-Lan. Wie geht's jetzt zum Kack-W-Lan. Ich Dubom aber so war natürlich. Ja, ich werde das Plenern schauen ab. Aber nun sezu,beitslos ... Also würde ich nicht這麼 gering. ok ok ich hab gleich die große Straße bauen können wir jetzt abgehört Na dein WLAN wieder drinnen äh dein LAN wieder drinnen jetzt wieder zum Glück spiel ich mit Kabel das wär eine Qual für mich ja ich sag mal so das WLAN spackt gerade in letzter Zeit etwas rum keine Ahnung wieso das heißt es blinkt dauernd rot Alter mein Gefängnis hat mittlerweile schon vier Zellen Alter ich hab grad ich hab mir grad ein Plus von 36 Simolians Och ist ja lol bei mir sind alle Fabriken Leute bei mir ist einfach mal hier das voll leer bei mir sind vier verlassene Gebäude auch sehr schön ach nee so ein Mist aber komischerweise bauen gleich neue Leute hin auch gut und der mit ganz nach wiederum die Stadt ist quasi nie leer nicht recht praktisch eigentlich wir brauchen Abnehmer für unsere Lieferung was soll man denn da bitteschön machen Handelsgeschäfte also um Gewerbe also die blauen Dinger da ja aber ich will jetzt einfach mal hier hin direkt nehmen ich glaube ich kann mir die nicht leisten noch nicht Juhu ich mach 198 in der Stunde Ah ich zieh fast mit dir gleich Ah es gibt tolle Läden zum shoppen uns herumstern überall die Leute ach halt doch die Klappe ich hab doch ein Krankenhaus aber ich kann mir grad nichts leisten ich hab grad mal 9000 noch was Oh jetzt ist es auf Stufe 1 schon wieder gegangen ey das ist Juhu ich kann eine Spielhalle bauen Juhu Juhu ich spreu jetzt mein Geld ich mache jetzt am besten gar nicht mehr genau sparen ein bisschen Geld zusammen Schulden teilweise zurückbezahlen kannst ich bin nämlich im Moment gerade etwas gebrochen Hach ich erfüllen nur 9000 Na wenn du mal so 100.000 hast du kannst mal 30.000 rüberwachsen lassen also hat es noch Zeit Das ist eh bis zum nächsten Mal wenn wir zocken Oh jetzt werden wir meckern jetzt ist mein Krankenhaus voll oder es können nicht alle versorgt dann ist mir egal vor allem sind null Tote in meiner Stadt ja aber es wird mir ange- ähm und die Leute meckern da sterben überall umheruns Leute das ist ja ich hab voll wenig Industrie Waren die immer noch zu dir? Müsste eigentlich sein ich hab voll viele Einwohner und wenig Industrie ich hab also die wollen eigentlich gar keine Industrie grad haben die wollen einen Haufen Einwohner haben und wie wird der Wind immer noch so schön wie vorhin? das wär präant also der Wind ist eigentlich immer gleich von der Richtung das hat sich verändert Minimal Ja aber nicht extrem Ne minimal Keimkarte Uh Luftverschmutzung, aha Meine Keimer Ach ich freue mich immer wenn das ab- ähm das komische Scheißerrohr da wie heißt das? Abfluss, Abwasser, Intro, wenn das ewig steht ja denn ist ja irgendwann der Boden da sehr schön farbig sehr schön immer so schön bunt ziemlich braun und trotzdem weiß spielen wir heute nicht mit Kreis ich glaub jetzt singen wir hier auch noch ne ne das ist äh die Moderation von Kies schon so ein bisschen was auf uns ich komme mal wieder mit zu dir rüber auch nur ich bin so pläten das hat man braucht Polizeikräfte und es ist vielleicht so gut wie kann gar nicht sein, ich bin drum plus ich sie trotzdem bin ich mit einer Stadt drüber geht und in die Ansicht von Mann die Karten sieht ich hab grad nur ein Müllproblem Alter was hast du schon für riesen Sachen gebaut ey Na ein bisschen, wa? Oh, 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 alter da hat mir noch fehlt das ein Bustepot Alter ja ich nimm dein Müll ab, ja hast du es auch gelesen, Nina? ich muss ich ja, keine Ahnung, wieso ich das tue, aber ich muss, macht es ein bisschen oh, du hast nen Zuganschluss, hast du es gut aber du hast keinen Bahnhof noch nicht ach ja, unser Zuganschluss, hallo das ist mir nie aufgefallen ähm, alter, deine, alle deine, ähm, Krankenwagen, ne, alle deine, Feuerwehrkräfte sind im Einsatz ja, ich hab da glaube ich auch noch zwei stand jedenfalls da, hast du noch, Polizeirevier, alter Schwede ich hab auch ein großes Krankenhaus wie hast du das so schnell geschafft? ökonomisches Denken guck mal, meins dagegen an hier dein Ding sieht irgendwie aus wie ne Vorstadt äh mini Krankenhaus, mini Feuerwehr aber du hast 12.000 plus, ein bisschen mehr als ich aber ich bekomme nachher noch Überzeugung durch die Kulturkramen ok, jetzt kommen Haufen, jetzt kommen Arbeiter aus deiner Stadt zu mir, erhalber ich bin schon besucher aus ökonomischen Denken zu einkaufen zu den Länen der Stadt also, die kommen auch wieder zu mir, also ich hab das Gefühl, sehr viele kommen zu mir ich find sowieso gut, wenn du sehr viel Handel und Gewerbe machst, weil davon hab ich wenig ich setze eher auf viele Einwohner ich überleg, ob ich einen Pendelverkehr zwischen deiner und meiner Stadt mache, also ein Busding so ein Busdepot, so ein großes dann würde ich sparen Geld für größere Häuser was gibt's denn Straßenzüge, Boote, Flugzeuge ich hab nie einen Flughafen gebaut also ne, ich auch nicht na gut, einmal im Creative Modus doch, ja, ich auch mal, so ganz einfach so, aber im Let's Play glaube ich nicht ich will doch kein Verbrechen machen nein nein ich sag dir, wenn du Verbrecher zu mir schickst, dann kriegst du kein Geld mehr von mir ha, Verbrechen kriegt mir noch so genug Geld glaube ich ich hab nie Verbrecher dolle gemacht, ich bin immer Polizei und gute Sachen gab da Verbrecher, wieso soll ich Verbrechen fördern? oh, der ist jetzt schon wieder auf Stufe 1, ey, das ist ja zum oh oh, was willst du, du hässliche Fratze man könnte eigentlich den Rathaus mal abquälen hier man könnte mal ne Kultur ich hab immer noch keine kein Rathaus, stimmt, das kann ich mal langsam bauen ich geb hier Geld für uns aus, und du? ah, ich bau hier Leute, ich hab so ein paar platziert und die freuen sich schon und was ist das denn für ein Bug? ich beute jetzt erstmal die Straße aus oh, das hat jetzt 4.000 gekostet sorry oh yeah, jetzt freuen sich alle, wir haben ein Rathaus und das sind die Abgeordneten gleich ach, das ist doch schön oh, ich kann einen Stadtnamen auswählen ey, du bist zu Besuch, yeah leckt jetzt das Abgeordnete nein so ein Mist ja, der wollte dich nicht ach, jetzt sagt der kannst Polizei ja, ja, ja ich hab nicht mal 2.000 Einwohner das heißt, ich bräuchte 5.000 Einwohner, um überhaupt was zu bauen ich bin bei 20.000 im Moment ach, na dann und 10.000 kann ich auch wieder ausbauen ja, tut mir leid, ich brauch noch gute 3.000 Einwohner ja, ich hoffe, deine Stadt macht später dann genug Umsatz mein ist jetzt nicht sehr produktiv, aber sie hat gerade keine Probleme, das ist der Vorteil ja sie hat keine Gangster-Probleme, also mit Verbrechern hier liegt überall Müll rum, Mutti hier liegt überall Müll rum, Mutti auch mein Müll-Problem habe ich überhaupt nicht ich hab zwei Müllwagen, yay ja, ich fange schon an große Häuser zu bauen ich geh mir schon ziemlich auf den Sack mit den Scheißen da nicht hier ist das ich habe noch nicht die Oh, das tut er. Erstmal hier noch ein paar Müllheiten bauen. Warte, damit ich ja drunter kein Geld habe. Dann gehen wir kurz rein.